hallo meine freunde herzlich willkommen in meinem waldgarten heute habe ich mir gedacht ich nehme mal wieder die cam mit und ich möchte ein bisschen filmen ich habe heute hier ein paar sachen vor ich muss den rasen mähen aber ich habe aktuell wildschweine im garten naja ich denke mal ich habe eine stelle gefunden wo sie momentan wohl reingehen und das möchte ich gleich mal ein bisschen verstärken ich werde mir auch gleich noch ein was zu essen war machen und ihr lust habt auch ein bisschen waldgarten feeling dann lade ich euch jetzt herzlich ein ja meine lieben wie ihr sehen könnt die haben jetzt schon einige kleine stellen hier in meiner wiese kaputt gemacht und ich denke mal ja richtig zu machen kann ich den garten erst im herbst winter ich werde mir auch eine kettensäge kaufen weil das ist alles jetzt so zugewachsen da komme ich überall gar nicht dran aber ich denke mal ich habe schon mal eine stelle gefunden wo sie reinkommen aktuell und das mache ich jetzt wie gesagt zu ich habe mir gerade zwei zaunpfähle gesägt und ja da werde ich jetzt mal hier die eine stelle schon mal zumachen ja meine lieben der zaun ist notdürftig gepflegt wie gesagt das ist jetzt mal hier die richtig vernünftig kann ich das erst im herbst machen ich werde mir anfang oktober auch noch eine kettensäge kaufen denn es muss hier noch einiges gemacht werden das kann man aber jetzt nicht machen das mache ich im herbst winter da habe ich schon mal ein schönes projekt und was zu tun und ja jetzt kommt der etwas längere arbeitsschritt heute denn ich muss jetzt den rasen mähen dann dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020